Garage, ist schon runter gedroppt und fließt durch. Unten, Garage. Hier ist offen schon. Nicht Alex, nicht mehr zeigen. Alex, nicht mehr zeigen, war daraus schon offen. Oben auch. Also hier oben. Den hast du hoffentlich, wenn er doof ist. Weil ich bin in der Cam. Weiß nicht, ob meine Reaktionszeit ausreicht, weil ich gerade den Schild als Hindernis habe. Der Junge hier vorne. Aber ich schaue auf jeden Fall auf den Drover, ja. Drohne bei dir, Alex. Ge-dropped. Ja, toll. Nur zu spät. Hey, Bahnat 50. Da kommt auch Thermalt bei dir. 2-1. 2-1. Wartet. Kannst du mal gehen, wo? 2-1. Garagentunnel. Einvergangen. Was? Wo kam die denn her? Weg hinterher geschmissen. Das war aber ne Esch? Schladung. Boah, ein Trauergriff. Das nächste Ace, das nächste Ace. Du da, du da. Boom, boom, boom. Nice. Hi. Ja, und wir haben die Mama gebummst. Okay, jetzt haben wir Mama gebummst. Scheiße. Ganz fein. 15 Sekunden left. Wie schrattst du? Nein, so. Wer hat mich? Nichts, nichts. Fuck. Wie hast du das gemacht? Fuck. Fuck. Oh, meine Fresse. Du hast mir einfach nur Headshot Knife gegeben. Ja, Headshot Knife. Das stimmt. Wenn du das nicht reinschneidest, bin ich zauber. Oh, scheiße. Nee. Wie kann man hier hin an die Waffe bringen? Ich komm grad nicht rein. Alter, das ist so easy. Bist du? Alter, ich muss den jetzt... Was? Ähm, Leute. Guckt euch das mal an. Ich war geflasht. Ich war Full Flash, ne? Ich hab's nicht gesehen. Ja, das sind Level... 5, 4, 1... Keine Ahnung was. Ach so, ja. Du solltest da nicht rein. Nein! Äh, what the... I believe I can fly. Ich geh links rein, Michi. Also links gucken, Michi. Links gucken, Michi. Hast gesehen, wie ich nach vorne geflogen bin? Ziel, links. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist Low gegen Low jetzt. Hä? Was war das denn jetzt? Ich weiß es auch nicht. Alter, was war... Nee, der hat nichts gelacht. Aber habt ihr Ding gesehen, der mich umbringen wollte? Ich schieb's erstmal voll daneben. Er kommt nicht mehr wieder. Ich hab einfach nicht drauf gehabt. Vielleicht einfach gar nichts. Ich hab selber gespielt. Nein! Das war Pech. Nee, nee, nee. Scheiße. Das kann einer sehen und der andere nicht. Das du kannst da... Nicht gucken. Michi, das musst du jetzt machen. Unten links ist der. Bei wem sagst du das denn? Also wenn du reinguckst, unten links. Da. Ach nicht. Ich sehe einfach gar nichts. Recht, hast du das gesehen? Nein, ich hab gar nichts gesehen. Ich hab gar nicht gesehen. Ist der wieder bei mich in der Ecke. Hab nix gesehen gerade halb nur. Alter ich kann nicht rein kommen. 20 Sekunden, na? Ich sehe ja nix. Ach so. Hab verletzt. Ja, aber noch einer. Michi ich hol... Mach dein Schild, mach dein Schild. Oh ich war drauf. Schlagschot. Ja er hatte noch 10 AP von mir. Alter, ich hab einfach fast ge... Seht ihr auch diese... Da siehst du nichts? Oh, jetzt siehst du wieder was. Oh, aber ihr habt auch das gesehen, was ich grad gesehen hab, ne? Das mit den Licht-Effekten. Nein, nein, die sehen das alles normal. Ne, das sehen wir nicht. Nur wir beide sehen das. Ach so. Hast du bei mir doch damals auch nicht, Chris. Also, wir sehen's nicht. Also, kommt halt drauf an, was wir sehen. Das ist so mies. Können wir irgendwas nehmen, wo der Licht-Effekt nicht so stark ist? Also irgendwas, entweder links oder rechts von der Merk. Ja, am besten in den Raum draußen, ne? So, ich sag jetzt die Map voraus. Wir kriegen die brasilianische Map. Nein. Und wir spielen Bombe auf der brasilianischen Map. Das sag ich jetzt voraus. Nein. Ja? Ja. Ich sag Bombe auf der brasilianischen Map. Okay. Ah! Ah, scheiße! Michi schreit auf den Kleckchen. Oh mein Gott! Michi, jetzt wissen wir auch, wer die Frau in der Beziehung ist. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Boah. Weiß ich enorm. Alter, ich bin verletzt. Ich werde einfach sterben. Ich werde einfach so was versterben. Ich werde einfach so was wer sterben. Ich werde einfach sowas versterben. Ich werde einfach so was versterben. Ich sterb irgendwie nicht. Warum sterb ich nicht? ich würde gerne helfen kommen ich versuche mal wieso überlebt habe ich das überlebt ich glaube da kommt jemand rein ok da ist aber noch irgendwo eine frost angeblich und noch einer und noch hinter dem schrank muss einer sein oder träum ich michi warum hast du nicht aufgemacht ich habe auch nicht gedacht dass es klappt ich habe auch nicht gedacht dass es noch rechtzeitig auf geht er hat ihn gelegt ja ja ich mache gerade ein fertig ist jäger slow der ist tot ich habe den so einen geilen distanzschuss gegeben ich warte warte ich habe einen laser gesehen jetzt gull ich auch noch mal ein paar mal dann machst du druck ja ich mache druck jetzt warte ich werfe ein paar vielleicht ist rein dann bist du drin drin er ist hier 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 schießt mal durch die wand schießt mal durch die wand das war eine gute idee weg da 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 geh raus raus aus dem gewinn warte 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 gehen deckung wir haben links links du bist der mann warte hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir warte warte bleibt ihr stehen bleibt stehen bleib stehen bleib nicht stehen Ja toll! Oh mein Gott! Leben noch! Alles verletzt! Garnate, Garnate, Garnate! Ich kann es schütteln. Nein, voll. Ja, ich kann es nicht verletzen. Die Strecke ist gut. Oh, nice! So, gesucht er mir ein. Nice one. Nice, Kors. Irgendwie rücksetzt er Richtig mäß Ey, der... das nicht... Boah, das war nicht ein Enzo da Das war noch gut gesungen, aber trotzdem Zwei No-Score-Pet-Shots Der letzte ist... Leute, macht der auch mal was? Ja Ah, okay Boah, ist der dumm Echt dumm, oder? Ne Oh, mich rollt ab Ne, Chris Achso, lol Weißt du mal, wo der ist? Im Raum vermutlich mal Was? Nein Wie ist der? Wie ist der? Wie ist der? Wie ist der? Krass Ich bin runtergefallen Ja, und? Hast du einen Token Code verdreht? Und noch nachladen? Ja, locker easy Warum auch nicht? So ein richtiger Alex-Moment Warte Ja, Alex Achso, bei mir läuft der so mit dem Schild rum Alex, bei mir läuft der so mit dem Schild rum Alex, bei mir läuft der so mit dem Schild rum Alter, sieht der so scheiß aus Wie du gerade hier rumläuft mal, Alex Shhh A clean camera Bei Alex läuft der so mit dem Schild rum Man! Ah, sieht lustig aus Jaaaa Komm Wie das denn? Ihr habt dich doch getroffen, den Termite Warum? Die standen halt einfach direkt mal zu dritten Das sieht so scheiße aus Direkt rechts Jetzt spring rein, Mann Nein, das weiß er nicht Du schießt er nicht Oh, fuck Luka Jetzt komm schon Nimm die Geisen, nimm die Geisen in die Geis Mario, hilfe und oben ist cavera ihr seid beide tot wie das dein, wie das dein, wie das dein, wie das dein, wie das dein liegt ihr guckt es direkt zu an die gehen rein Mario, die gehen rein die sind drin, du musst rein du musst rein, du musst immer noch rein lag nach, lag nach und jetzt geht er links rein sofort links rein, sofort links rein rein, 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 rein und jetzt links, links jetzt hab wir das jetzt holen Mario, Mario hab ich gerade gekillt 5 das war ein 8 jetzt, oder was ja sehr herrlich hab ich auch geschafft ja, ich sag ja immer gut vorhin ja sehr, sehr gut gemacht Mario ok, wahrscheinlich nicht hab einen hä? what? ach so ach so die barrikade ist zu, ne aber bei mir ist sie offen oh das ist schön äh jetzt ist der auf einmal da da ist einer drin gewesen die hat der jetzt schon aufgemacht wo ist der? ach da das war dumm von der die hat er aufgemacht, ne ja tatsächlich rechts also rechts hab den schon ich ihn mach so ein bisschen größer ich kann da nicht so gut durchgucken kann man damit die Fenster aufmachen die von Mira direkt ok ah das drückt das zweite ist der schon offen? ja jetzt hab ich es offen gemacht, glaub ich ja da ist einer rot das rechts einer rechts angehtet wohin? der ist äh warte, das ist jetzt auf jeden fall nach links rüber wenn man geradeaus nicht ich bin rein ich bin rein oh er hat noch 30 links da war links da war auch einer schön jaaa 30 30 oh nein nein ich wollte grad springen und Mario was macht Mario? oh unter dem Raum fuck ich balle den nur die ganze Zeit kriege ich einen Frustfallen, ne boah falle alter die war so ganz offen, ne die liegt da und da solltest du noch nicht mal reingehen wir gehen aber nahe ich hab nur auf die Ecke da hinten gekocht es schreit sogar noch jemand Frustfall und da gehst du auch noch rückwärts gut 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 akzeptieren wir's einfach Michi du kannst haben, wenn wir jetzt gehen ne, nimm du ey, ich bin mal Kapkan, ich hab nen Elite-Skill wo gehen wir denn hin? gehen wir runter? ne, dann Mira würd ich sagen nicht unten wenn wir unten gehen, ne, dann brauchen wir es nicht brauchen wir es nicht, ne lass dir reden mit mir mit dir redet niemand mehr nein, ich hab alles gut wir gewinnen jetzt ich weiß, du hast mega ein Thema nicht mehr aber ich hab noch ich hör nur noch so ein Piech ich hör nur noch so ein Piech ich hör nur noch so ein Piech das Geilste, ich, 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 ich wenn ich den schwarzen Spiegel aufmache wie er so... ich bin down einer ist im Arbeitsraum hier ist Weinbart das Geilste, wenn du so ein bisschen über den schwarzen Spiegel machst, ne mit Hibana auf, ne Holt, ist Arbeitsraum ok, gut, danke ich hab keine Ahnung ich find geil, dass der schwarze Spiegel auch kaputt geht wenn du, wenn du nur da drüber oder da drunter kaputt machst einer ist noch hinten durch draußen draußen unter dir, unter dir ich wurde geholt ich hasse diese Arbeitsraum immer noch der scannt dich glaub ich, Chris ja, der hat dich gescannt im Arbeitsraum der Puls nein Pistole what war das denn?! Puls Puls ist Arbeitsraum immer noch Puls geht runter seh ich nicht mehr ich seh keinen Puls mehr keine Ahnung wo er ist oh what the fuck ey Puls ist wieder Arbeitsraum die mehr wieder nachladen ja ich brauch grad noch Puls das ist geile Hähnchen Trollladen eine Minute ja, ja ich brauch grad mal aus ich brauch kurz eine Minute Alter Alter was entdeckt mich hier die ganze Zeit da hinten Puls ist irgendwo aufm Flur direkt vor Moment ich kann grad nicht schießen ey ich bin grad äh hinter dir du fucking Lacker keine Ahnung wo der ist fuck mich nicht ab lass mich nicht hoch halbe Minute 25 ja nein wir haben's champ ich bin stolz auf das war ein ace oder? das war ein fucking ace ja das war ein ace ich erwisch die alle und bin dann so verpeilt um ein fucking camp zu erwischen jetzt musst du was machen bin down fuse die scheiße raus nice ja das war das war das war das war das war einfach der Aufschlag aufm Boden wie die Matte zerstört wurde da kam der King in den Raum war nicht hm hm das war so nice wo waren die haupt ok so wie immer quasi wie eben hoch die comb die 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 Echodrohne im Raum Ech, ihr habt die Ah, ich seh nix Ich seh nix Ich seh nix Nein, ich hab's noch geschafft Ich hab's noch geschafft Ohne Killed, oder? Ja, sonst wären die angezeigt schon, oder? Doch, ich hab einen, oder? Ne, ich hab einen verletzt Ohne Killed Ich hab ja Können die Fenster durch Views aufgehen, eigentlich? Inwiefern? Ja, hier diese Gasladung neben dem Fleck Wenn du... Nein Da? Ich hab's nie getestet oder gesehen sondern... Alter, wie assi Copy, mach' nucle Fuckfuckifuckfuckfuckfuckfuck!!! Fuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuck Geh mich nicht droppe Bei mir links ist was Oh, da ist Backreader Der ist zwar noch Okay Du wolltest mich doch verarschen Sehr schön Nicht picken, am besten nicht picken Da Hast du sehr schön Letzter Kill, das wäre nice Michi nicht töten Ja dann komm zu mir Ich bin nämlich fast down Wo ist er? Da gerade durch vor mir Warte, ich gucke aufs Welchen weg Er ist gleich tot Er ist gleich tot Er kommt zur Ja, das ist fucking eh Danke Michi Ist das eine Pistole? Ich pisse auf die Gegner Mario, kannst du dich mal bitte da runter nehmen? Mario, sag einfach ja oder nein Äh, ja Achso, das Du Hurensohn So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt Ja, Tanksverbot ist am Start Die Achterwan Die Achterwanne geht so ab Die Stänze mit der Gänse Die Achterwanne geht so ab Die Achterwanne geht so ab Die Achterwanne geht so ab Untertitelung. BR 2018